Guten Morgen, ich bin Patrick Kuia von Kuia Lammerschnein AG. Bist du Mechaniker? Bist du bei uns genau richtig. Ich möchte dich mitnehmen vom Rundgang des Kuia-Land und möchte hier oben gerne starten. Wir haben hier oben unsere Büroräumlichkeiten für den Verkauf, Kundendienst und Marketing. Das ist euer Empfang, der erste Kontakt für unsere Gemeinschaft. Wenn die Kunden beraten, können sie ihre Arbeitsaufträge abgeben und dann gibt es die Mechaniker weiter. Das ist das Büro der Mechaniker. Hier schreiben sie ihre Arbeitsaufträge. Dann haben wir unser Ersatzlager. Hier werden nicht nur die Mechaniker, auch unsere Kunden bedient. Wir verkaufen eine Ersatzteilung an die Lehrkundschaft. In unserem Ersatzlager haben wir weit über 12'000 Artikel. Gleich nicht an, was man braucht. Unser Malterschein Gelenkwellenzentrum. Wenn man mit einer kaputten Gelenkwelle vorbeinkommt, können wir ihn hier sofort klicken. Unser Waschraum. Über Dach. Den könnt ihr auch im Winter waschen. Unsere Lackierkabine. Hier reinladen wir die Anwand, nach Kundenwünsche umwackieren. Hier haben wir aber auch die restaurierten Traktoren und Okkessionen. Der Unterbogen ausstritzen. Und die Sack. Unsere Ersatzlagerung. Hier können wir ein relativ grosses Sortiment an Schläuche herstellen für unsere Kundschaft. Wir haben hier die Schläuche für Backer und Grossmaschinen, die wir bei uns fressen können. Das kommt natürlich von der Kompostwendenseite her. Dann haben wir hier eine Sackweilabremse vom Eckex. Traktorenwarnlauf, Motorenjack bis 500 PS. Das Grill haben wir natürlich auch. Einmal eine Wurstspitze. Ja, gehen wir noch in die Werkstatt runter. Das Herzstuft, das ist das, was euch interessiert. Wir kommen in die Werkstatt. Da haben wir eine 10 Tonnen Hebelbühne. Leider noch 10 Tonnen. Bis jetzt reicht es noch. Unsere Servicestellen mit den Schlauchrollern. Von denen haben wir zwei in der Werkstatt. Zwei solche Ecken. Ein kleiner Teil der Konstruktionen machen wir auch. Das ist auch unsere Schweisse-Ecke. Es ist gerade ein bisschen Puff, aber sie wird es zum Brauchen hier. Wir kommen an die Aufarbeitsbühne. Da haben wir ja auch ein Programm. Mit dieser werden wir jetzt aktuell unsere Absauganlage reparieren. Unser 9-Däumchen. Jetzt alles, was es braucht. Dann darfst ihr natürlich auch zu Mittagessen. Kochen, Kamio-Maschinen, Mikrohälen ankommen. Alles verhandeln, was es braucht. Um auch weiter zu seiten in den Runden zu kommen. Natürlich halten wir auch Schredder und Kompostbänder im Stand. Reparaturen hier bei uns oder beim Kunden draussen. Beides möglich. Das ist es gewesen von unserem Rundgang. Komm vorbei, schau rein. Danke.